1, 2, 3, 4, 5, 6, 4, 8, 9, 10 Regen hatte immer eine besondere Wirkung auf Menschen. Wenn wir sehr jung sind, freuen wir uns noch darüber. Wir plätscher mit den Füßen in den Pfützen, tanzen im Regen oder beobachten die Tropfen, die die Fensterscheiben herunterlaufen. Wenn wir älter werden, drückt der Regen aber auf einmal ganz andere Gefühle aus. Wir werden traurig oder unsere Laune wird schlagartig schlechter. Und wenn wir schon traurig waren, werden wir noch viel trauriger. An jedem Tag wusste ich schon, dass der Regen kommen würde. Ich erwartete ihn. Meine Freundin flirtete gern mit anderen. Natürlich sagte sie mir, ich bräuchte mir keine Sorgen zu machen. Ich sah ja der, den sie liebte. Am Anfang genügte mir das. Aber irgendwann kommt der Moment, an dem du deine Gedanken nicht mehr unterdrücken oder verstecken kannst. Du fängst an zu fragen. Mit wem chattest du denn? Wo warst du? Wer schickt dir ständig SMS? Ich konnte es nicht mehr unterdrücken. Einmal fand ich ihr Handy unbeobachtet. Und nur aus Neugier schaute ich hinein. Vielleicht war sie wirklich treu und all meine Sorgen und Gedanken waren umsonst. Die Erlösung, die ich brauchte. Doch so war es nicht. Sie sandte Bilder von sich an andere Männer. Keine Erlösung. Keine Rettung. Nur gewaltiger Zorn. Bin ich nicht gut genug? Reiche ich dir nicht? Sie kam nach Hause. Das Messer hielt ich schon in der Hand, als sie zur Tür hereinkam. Es ging schnell. Und auf einmal sah ich dieses wunderschöne Blut an meinen Händen. Aber was hatte ich getan? Jetzt konnte ich nichts mehr wiedergutmachen. Ich konnte die Situation nicht mehr verbessern. Sie würde nie wieder lachen oder mich küssen oder mich lieben. All der Zorn wurde zu Trauer. Ich wusste, was ich getan hatte. Alles war vorbei, weil ich mich nicht beherrschen konnte. Weil ich die Kontrolle verloren hatte. Ich stehe am Fenster und zähle Regentropfen. Sirenen, die langsam näher kommen. Wie lange es wohl regnen wird?